Ja hallo, mein Name ist Saint DLP und ich mache Let's Plays für euch. Hier auf der Seite findet ihr ein paar ausgewählte Games, die ich bereits abgeschlossen habe. Let's Play technisch, hier unten findet ihr die Links zum Kanal, zur aktuellen Playlist und natürlich zum nächsten Part, sofern dieser schon released ist und jetzt ab zum Game. Aber in weniger als drei Stunden wird Codename Nikolai in Russland hingerichtet. Nikolai, Sir? Nikolai ist unser Informant bei den Ultranationalisten. Er hat uns die Daten für die Frachtschiff-Operation besorgt. Nikolai ist mitten in der Hölle und wir werden ihn rausholen. Wir vergessen unsere Freunde nicht. Bewegung! Die Loyalisten erwarten uns etwa einen halben Kilometer nördlich. Loyalisten, was? Sind das die guten Russen oder die bösen Russen? Tja, sie schießen nicht sofort auf uns, wenn du das wissen willst. Das reicht mir absolut, Sir. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Call of Duty Modern Warfare 1. Ich glaube, wir müssen ein bisschen leiser sein. Waffenfreigabe. Habe ihn. Habe ihn. Da steht Ena. Da steht es mir hier. Na, natürlich ist das gute Arbeit. Ich mache nur gute Arbeit. So, Buis Gebüsch. Mal schön hinter Preis bleiben. Da sehe ich auch schon wieder einen. Zumindest ein sehenden Schatten. So, ein paar Claymore's vor der Tür platzieren und dann den Lockvogel spielen. Äh. Okay. Der kommt nicht raus. Ziehen Sie L. Ziehen Sie L. Maus. Also linke Maus zum platzieren einer Claymore. Genau. So. Haben wir. So, wer kommt jetzt da raus? Muss ich jetzt locken? Ey, komm mal raus da. Die hat mich auch nicht gestört. Ja, was ist denn da? Muss ich erst hier auf deine, auf dein Radio schießen, oder was? Dann wird er sauer. So, gibt es da noch was drin? Wahrscheinlich nicht, war. Außer, ne, mp5. So, dann machen wir mal hoch da. Kann man hier eigentlich die Lichter ausschießen? Ne. Na gut. So, hier ist alles, alles cool. Lass mich raus. Riechst du das Gas? Ne. Ja, Kamarov. Und? Der ist zu riechen. Guten Tag. Willkommen im neuen Russland, Käpt'n Preiss. Hm. Was ist das, Kamarov? Wir müssen einen Informanten rausholen. Haben WM 21er auf der anderen Seite des Hügels. Ihre Raketen haben hunderte Zivilisten im Tal getötet. Hunderte? Nicht so schnell. Denken Sie an Beirut. Sie kommen mit uns. Ich schulde Ihnen Wolvas. Ja, ganz genau. Hm. Helfen Sie als Scharfschütze von der Straße aus. Aha. Aha. Schneipen. Vanja, gehen Sie rein und greifen Sie auf mein Zeichen hin. Ja. Vanja. Ja. Wo Vanja ist, ist Mischa nie weit. Wo ist denn Ihr Scharfschütze meine Männer schützen? Wusst ja nicht, dass ich Scharfschütze bin. Ja. Grafisch kann ich, warum kann man doch sagen, war das tut eigentlich noch völlig in Ordnung geht. Verstanden. Decke linke Flanke. Äh. So. Wechseln Sie zum Scharfschützen. 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 Ich habe erst mal eine Granate geschmissen. Ah. Hier ist mein. So, nun muss ich jetzt hier runterballern, war. Naja, den werden wir nicht treffen. Aua. Das sind aber viele. Ich habe mal ein bisschen Deckung hier. Scheiße. Feintubschrauber. Sie haben nicht erwähnt, dass es Hubschrauber geht, Kameras. Ich habe auch nicht gesagt, dass es keine gibt. Wir müssen meine Minderfolle. Wir müssen Ihnen schützen. Häh? Ich soll irgendeine Verstärkung abschneiden. Wir erledigen die BM-21er und warnen einen Weg direkt zu Ihren Informanten. Direkt? Mal lieber eine andere Waffe nehmen, wa? Ist hier irgendwelche Leute rum? Mein Junge. Wir sollten es einfach aus ihm rausprügeln. Oh oh. Da kommen auch andere Leute. Kontakt im Nordwesten. Oh oh. Einmal ein weiterer Album. Mann. Hein! Wie gesagt, meine Zielkünste sind... Oh, Granate! Fuck, fuck! Nein! Nicht da runter! Fuck, 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 fuck! Wir schießen hier mit! du bist weg du bist weg du bist weg und du bist doch weg und war mein eigener stehe mitten auf dem feld einfach so rum war völlig ohne problem da ist dahinter ihr habt eine panzer faust 5 und kann einfach zu nutzen richtig waffe hier für mich ich sehe muss keinem mehr hier ist ja keiner mehr hallo wir können weiter ok da kommen wir ein bisschen mit bewegung bleiben ja baby gibt mir alles jetzt haben wir müssen nicht mehr scheiße granate wir haben eine andere let's play scant war weswig zu granaten stehe ich kann selber meine schmeißen zusammen gehen wir hierin wie sie könnte auch schützen nehmen so haben wir alle da hinten von den klippen aus weg mal wieder der zweiten sniper übernehmen schnipper hat man halt morgen bin ich auch mal flotter dreier stromversorgung man über die andere waffe wieder nehmen nach nachgeladen haben wir okay der letzte angriff hat begonnen noch ein bisschen mehr scharfschützen hilfe von ihnen und wir werden siegen action jackson juhu so bist du einer von uns ja ja ich wäre schon längst tot nach der frage so ups stand es gerade bis in die aua diese deckung jungs hilft mir hier ist ja was los sie muss gehen da ist er uns nicht mehr schießt irgendwie damit rpgs hat man doch lieber der scharfschützen die wir nehmen sieg doch ein bisschen mehr da das alles frei war jetzt noch zu einer seite über ihn liegen ja noch ein paar kollegen von mir aha und war unser schoss so mal hier drin aha malzeit vorrücken save und war es macht den job war von wo scheiße was unser fuck Mann am Boden Alter So, danke Alter aha granate so ich habe mir sehen erlebt jetzt nicht mehr so kann man drin wie wir sie aufpassen jetzt echt macht er macht das reflexes ja komm so, haben wir so, jetzt nicht schießen sonst ist wieder außer auf die da ja nein definitiv nicht oh, guck mal hier Zielübung Tanz, 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 Tanz so, weiter aha wollen wir da gleich mal eine Granate gehauen scheiße so night vision on wir sind hatten hinter welche elektrisität ist aus sieh du raus wirst du vor nö was sind wir mal drin hier das geht es wahr oh oh aua, aua, aua voll der durchdrehende Typ da durch die Tür du bist erst mal weg irgendwas fickt mich hier von rechts muss Pause machen Preis Nikolai weiß nicht ob was ich da geschossen habe oh scheiß oh scheiß wer ist das Nikolai bist du in Ordnung kannst du laufen ja weil die können wir anmachen danke, dass ihr mich rausgeholt habt Big Bird, Bravo 6 hier wir haben das Paket treffen bei Land in Zone 1 over Bravo 6, Big Bird hier sind auf dem Wegende los geht's los geht's so, na dann Abflug hier der Heli wartet bin erster bin erster das war ich ja nicht so will wenn ich erster bin mal ein bisschen den Rücken decken bis alle drin sind ich bin der Letzte so, was ist steigst du ein leer, hast du okay Hammer schön ja liebe Freunde vielen Dank fürs Schauen dieses Parts ich freue mich natürlich immer über ein Like und natürlich viel mehr über einen Kommentar von euch unter dem Video hier seht ihr noch mal die Games die bereits abgeschlossen sind ein bisschen themenbezogen sind so zum jetzigen Let's Play und natürlich den Kanal Link den Playlist Link und natürlich auch den Link für den nächsten Part sofern dieser schon released ist kann sein dass der noch nicht verfügbar ist von daher geduldet euch ein wenig und ich freue mich natürlich wenn ihr beim nächsten Part wieder dabei seid und ich freue mich und ich freue mich